Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Madfather. Oh, die Maus ist hier? Okay, jetzt nicht wahr. Und bei der letzten Folge haben wir heute die Vorgeschichte gesehen und haben hier gespeichert. Und wir wissen alle, dass der Vater recht viel Mist gemacht hat. Wie ihr seht, rennen viele Monster rum, die wir noch nicht gesehen haben. Aber, ja, wir werden sie noch anschauen. Und weil ich hier vorgeschrieben habe, weiß ich ja, wo die geringsten Sachen sind, also die wenigsten Sachen sind. Da haben wir eine Scheiße. Und da seht ihr an blauen Balken oben. Und da sind diese hässlichen Monster. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Da vorne liegt Spaß. Fuck. Okay, wir sehen hier. Und wir gehen mal da rein. Oh, da ist das, was? Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, got the cafeteria key. Okay, okay. Oh, shit. Hörst du auf, hörst du auf, man! Oh, fuck. Dieses, da geht ein Geist oder irgendeine Frau. Hey, bleib da, man! Okay, sie geht. No, it's this house. Why is that door moving? Okay, da war eine Frau. Oh, is that part of the curse too? Wie, das war also keine Frau, sondern eine Puppe. Shit. Jo, da gehen wir da rein. Da müssen wir noch gar nicht hin. Aber wir könnten es trotzdem machen. Aber jetzt zeigt ich euch, hoffentlich, so, das ist ein bisschen gut. Diese, use the cafeteria key. Ein richtig großes. Der hat ja auch dieses Schlucken. Wir gehen mal da rein. Natürlich weiß ich, dass da Öl ist. Gott Öl. Und da ist ein... Okay. Go the GAM. Jo, geh wir weg mal. AAAAAAAH! Shit. Das wird uns... das nicht aus. Okay. Walk. It's not moving. Yo. Got the GAM. Also, ja, da ist das Menü. Und da sieht man das Öl. Und da sind die GAMs. Wir können 21 sammeln. Oder... Mischen sammeln. Jo, gehen wir mal da. Hohen Pantel, da kann man weitergehen. Eeeh. Es ist halb zwölf. It's locked. It's locked. Und da, das ist so ein cooles, was so was... Irgendwie wegkann von uns. Komm, du Mistgebäude. Okay, warte. Da ist es recht witzig. Das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Und wartet. Okay, okay. Jetzt geht's wieder. Alles? Warte, es gehört. Ja, und da ist... Da reingegangen und da ist... Ein vor Gottverdammter Diamant. Er hat auch das Klopf, oder? Aber klopft das denn? Das war vorhin nicht so in der Room. Jo, sehr viele... Und da haben wir einen. Okay. Und da schaut schon was vor. Zack. Das können wir nicht öffnen. Habe ich das auch gehört? Oder hat wer gewandt? Hallo? Okay. Richtig. Oh Alter das ist echt Oh mein Gott jetzt wo ich das bald wieder gehört habe Alter fuck Da ist nie Hier Bedroom Getschitter Give my doubter Alter Shit Okay Der Typ ist auch weg Der rote Guy ist Und Der Hase Snowball The Bad Rabbit Take Snowball Okay Hier Snowball Snowball loves Snowball Yeah Snowball loves father too Don't you Yo wieder eine Geschichte Snowball Yeah Snowball Where are you? What do I do? And Your leg Legs hurt too I'm worried Is this a kleine house in here? Ah nein There is the house Snowball Brad did you get too? I was worried when you disappeared I couldn't wrap up that wand with you running around Wait You want to heal it? Ew what a trouble There is some rabbit Father Aya Try not to let Snowball out of your sound Will you? The rabbit made a miss of the kitchen Sorry Snowball must have been trying to get a bite of Marius cooking again Did you find Snowball? Yes Yes And here the leg One Why I was added Good thing Fathers Fathers Thank you Father Snowball A member of the family Try to treat it as well As any other Yeah Richtig episch Oh Scheiss episch Und scheiss episch Yeah Let's go save father together Let's go save father together God's number all Und wir haben ihn eingepackt Johl Haben wir irgendwas Oder? Irgendwo muss doch was OUH 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 OUuu OUH OUH OUacaksın OUIs OU OUаты OU 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 ich an einen Punkt gelangt, wo ich es nicht mehr weiter weiß. Der Laddys missing a section. Alter. Umfang. Alter. Fogit. Richtig. Grußig. Aber ihr habt auch das mal in Folge gehört, oder? Alter. Richtig. Richtig. Geil gemacht. Geh weg. Geh weg. Noch Helga? Lock it. Look it. Hallo, Kräger. Da, speichern wir. Speichern wir schnell mal. Uh, 27 Minuten haben wir gespielt. Schon. Das haben wir da. Geht euch dieses ekelhafte Monster richtig ekelhaft. Ja. Was ist denn? Jo, bei einer Aufgabe muss man das Monster verbrennen. Das Problem ist, mit was? Ihr werdet es noch bemerken und da will ich nochmal darauf zurückgehen. Jo, da ist ein... Ja, Mann. Okay, wir gehen da mal rein. Waren wir da nicht schon? Ja, da waren... Waren wir da nicht noch mal hin? Ah, ja, da ist der Schlüssel, glaube ich. Okay, wir müssen jetzt da reingehen. Waren... Äh... Ja, danke. Was? Nein, 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 Schlüssel. Schlüssel, bitte, bitte. Okay, ich weiß, wo die Schlüssel... Ich weiß nicht. Oh, schnell gehen. Mann, haltet ich, wenn man... Ähm... in den Raum wieder reingeht oder so weiter. Okay, warte, wo war das nochmal? Ne, ne, anders... Oder anders. Jo, it's locked. Jo, da. Was? Ich bin ein bisschen weh. Ich bin ein bisschen weh. Ich bin ein bisschen weh. Waren wir das nochmal? In den... Okay. Nee, ich bin ein bisschen weh. Nee, nee, nee. Ist nicht da. Ich nicht da. Ach, ja. Ich weiß wieder, ist was da zu machen. Ne? Oder... Wenn ich jetzt... Dann finde ich es echt gut hast. Okay, warte. Jo, müsste aber da sein. Jo. A painting of a beautiful woman. Oh shit. Okay, dann müssen wir jetzt... Was muss ich da nochmal drücken? Z, glaub ich... Ich entschuldige, dass ihr das... Z... Ich weiß nicht, wie wir das gehen machen. Komm schon. Ja, ich hab's geschafft. Fuck. Alter. Meine Fingern hat so weh. Deshalb wollte ich das zum ersten Mal geschehen haben. Ja, wir gehen nochmal ran. Da haben meine Fingern so weh getan. Das ist echt. Just trapped out the hole. Yes. Geh weg. Scheiße. So. Jo, jetzt können wir reingehen. Da ist eine Tür. Da ist ein... Ich hab keine Ahnung, aber wahrscheinlich... Jo, hab ich nicht gewusst. So, da ist ein Stecker-Farwood. Da ist ein Stecker-Farwood. Ja, kann ich nicht. Vielleicht hat er das... Vielleicht ist wieder ein versteckter Gang. Ne, du. Ja, da können wir wieder durchgehen. Ah, schau. Ja, das ist auch... Ich bin ein Gefäder. Nee, nee, kann ich wieder mal. Jo, ey, 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 ey. A row of pots. A row of pots. There's a bucket. Okay, wir schauen natürlich mal da rein. Next time. Charm. Encyclopedia. Good luck charms. You want the ones you love to be happy. For this a good luck charm does the trick. All you need is one thing. And this you must have. It is love. Kiss someone's forehead with love. And say I'm pleasing. And then they will magically, magic salio and magic cali have good luck. Isn't that one false? Nö. Vergiss das. Hä? Hä? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Jo, da drin ist nichts. In the bathroom. Ja, das ist drin. Habt ihr es gesehen? Man, ich will es rausnehmen. Aber... Ich glaube, es kann man nicht rausnehmen. Boah, Alter. Ich hab's gesehen, Mann. Da war auf jeden Fall eine Pippe und ich schau mal die ganzen Spasten an. Nicht nur die roten, weil da vorne eine rote rogerant ist. Jo, die... One next turn. So, für diese Knopfbewegung. Ich heiße es. Ich schaff das schon. Ich bin ein erster Spieler. Jo, ähm... Oh, George's chair. Oder sowas. Mann. Die dolls have a creepy smile. Man, wo ist diese Missgeburt? Okay, aus dem Fenster können wir nicht schauen, weil wir da auch nicht lang gehen können. Oh, ich glaub, der wär schon wieder. Ey, hör doch auf, ey. Mann, ich seh da nicht so richtig was. Ich weiß nicht, ob ihr was seht, aber... Ist da irgendwas zum Absteigen oder so? Oh, shit. Nee, okay. Also, ich glaub, der geht... Ich glaub, es geht da rauf und... Ah, bad... A row of bones... A row of bones... A row of bones... Es tut mir leid, dass ich hier noch ein bisschen rauf fand, aber... Es tut mir leid, ich finde, dass ich den Ausweg... Nee, nee, nee... Nee, nee... Jo, das... Also, da waren wir schon und das ist nicht... Und das ist... In dem wir da, wo die E-KMTV-Frau war... Die auch versprochen ist... Und da haben wir... Archibs K... Okay... Jo, wir haben den Scheisschüssel gefunden. Jo, wo wir aber lang gehen müssen, seht ihr in der nächsten Folge von Madfather. Hat noch einen schönen Tag oder Nachmittag oder Nacht, wann ihr es auch seht, wenn überhaupt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder beim Madfather und viel Spaß beim Gruusen. Ciao!